Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich warte auf den Boden! Alle! Lass mich bitte ablesen. Autsch! Ich habe Frauenkinder. Autsch! Tu's nicht! Gnade! Tu mir nichts! Okay, das gefällt mir. Schön ruhig. Aber doch alles wieder gut. Ich will den Schlüssel zum Safe, aber schnell! Wo ist er? Sir, ich habe den Schlüssel fürs Gitter hier. In seinem Safe hat nur der Filialleiter. Was? Wo finde ich den Filialleiter? Er ist oben in seinem Büro. Komm raus! Raus! Keine Bewegung! Das war's. Lass uns abbauen. Heißt du Dick? Ja, mein Name ist Big Dick. Alles klar. Ich habe ein Paket von Lukas, Dick. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht, nein. Ach ja. Und wer sind dann diese Typen? Scheiße! Also, dann zeig mal, was du kannst. Du auch, Big Dick. Komm schon! Die Erzeugung! Die Erzeugung! Autsch! So, wir sind richtig wie die Werte! Nee, du bist besser, als du aussiehst. Du aber auch. Wie meinst du das? Ach, egal. Zerbricht dir nicht den Kopf darüber. Also, gut. Dann grüß Lukas von mir. Dann grüß Lukas von mir.